Hey? Habt ihr bei mir auch kein Steam-Bild? Also, hab ich bei euch ein Steam-Bild? Habt ihr bei mir kein Steam-Bild? Ne, ich mein, sagt doch mal. Hab ich bei euch ein Steam-Profil-Bild? Weiß nicht. Oh, komm mal, na, komm mal hier. Zombie, stell dich mal auf die Uhr, stell dich mal auf die Uhr. Bleib stehen. Uiih! Uiih! Was war da? Was war da von einer Seite? Warum sollte ich mich hier drauf stellen? Das witzig ist, wenn man sich drehen kann. Uiih! Uiih! Ich hab mir, glaub ich, nicht lacht. Oh, es geht los. Boah, Alter. Das war voll der Megaleckel. Oh Gott, Hilfe! Oh, um Gottes Willen. Hast du grade... Äh, Zombie, Amaru? Ach, das ist Holly. Ich bin's. Hast du die grade getötet? Nee, ich hab gar nix gemacht. Ich hab gar nix gemacht. Ich hab Waffen gewechselt, man. Ich hab Zeit für ne Waffe. Über Proflinte. Hab ich doch, guck doch oben rechts. Ach so. Krieg ich vielleicht nicht zum Heil? Okay. Nee, mit. Aber du hast das Schroffind für mal. Du darfst mir nicht vertrauen. Nein, sei doch leise. Da hinten ist einer. Oh Gott! Wo ist der? Ich seh sie nicht. Ich hab ihn gesehen. Ich schieß ihn an. Oh! Der schießt! Der schießt! Der schießt! Alter! Was war n' das? Mann ist das peinlich ey. Mann ist das eklig! Hä? Was war n' das für ein einziger Backend? Was für ne Wunde! Okay, wir gehen aufs Dach, ich mach das jetzt, okay. Runterschubsen. Nein. Nein. Ich will auch sehen, wie Manu vom Dach springt und stirbt. Okay, Osa versiegt mich. Tommy, wo bist du? Ich komm grad aufs Dach, ich bin oben. Aufs Dach? Ich seh es. Tommy, guck. Galiere! Nein! Nein! Er schießt ihn! Ich hol sie! Nein, du bist einfach runtergesprungen. Ja, gut, jetzt ist er schon mal nicht, Alter. Oh Gott, es leben nur noch einen in uns, ein Traitor. Nur noch vier. Warte, warte, warte. Wer sagt denn das? Der hat keinen Traitor, war der runtergesprungen. Alter, du kommst mir viel zu nah, komm, hau ab, ey, yo. Denkst du, die sind als Traitor runtergesprungen? Ja, die sind so, glaub ich, die Sprungen vor, überhaupt irgendwas. Ja, Delay, ne? Du guckst mich so ein bisschen mit der Schrotfinte an. Also, wenn du innocent bist, Delay, ich bin auch innocent. Ach, sehr gut, Holly, komm her. Das heißt, dass es Manu Traitor ist. Ach, das ist ja ziemlich wahrscheinlich. Hey, Manu. Ich spring jetzt auch noch, okay? Ja, mach das mal. Komm, das ist einfach mal runtergesprungen, dann ist es vorbei. Okay, auch geht's. Spring, 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 Manu, spring. Ja, ich spring auch. Manu, geht nach unten, er flieht. Da ist C4, irgendwo ist C4. Ja, hier mit her. Ist Manu, er schießt auf mich. Ach, Mann. Ist er tot? Du scheiße Dalienspasti, ich fliege einfach runter. Keine Delay. Hallo, Huli. Ich bin mit Delay hier. Ich bin an meinem Rechner und... Arbeiter. Der ist am Rechner. Und Arbeiter. Ah, ha, ha, ha. Oh, guten Tag. Wer bist du denn? Hallo, Zamp. Da piept grad was, glaub C4. Ah, nee, ist Delay, ist Delay. Barrikadierung der Tür mit dem Stuhl. Hey, jetzt wollte ich die Tür gerade verbarrikadieren. Ich beobachte. Oh, Gott. Oh, Gott. WIEHWIEH WIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEHWIEH. Hallo? Hallo? Hallo Moindardo. Hast du etwa C4 in den Schacht gelegt? Ja natürlich hab ich gesehen. In diesen Schacht hier? Oder gibt es mehrere? Und jetzt wer ist der Langettanってig? Oh mein Gott, da hast du gegen den... Was? Ja, Zombe. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Warum bin ich Traitor? Ich töre Zombe. Ich töre Zombe. Da unten ist auch ne Leiche. Holly ist es auch. Nein, nein, nein. Ich bin es nicht. Manu... Ich bin es nicht. Holly, du hast Manu getötet. Ich hab ihn... Ich hab Holly getötet. Holly war Traitor. Alter. Alter, ich will da nicht runter. Alter. Warte. Traitor? Bist du noch da unten? Ah nein! Wo ist er? Hä? Was war das? Wo bist du? Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Oh, Alter. Als du dich geheilt hast, da wollte ich schnell handeln. Wieso habt ihr alle zugeguckt? Manu sagt einfach, ich bin Traitor. Hey, ja, Maudado hat doch voll die Scheiße erzählt dann. Alter, was ist damit vielleicht Massaker gewesen? Hast du mich jetzt zu viel hingepackt? Nein, das hat Zombe gesagt. Und dann sagt doch einmal Maudado nichts mehr. Hab mich gefragt? Ja, weil einer am Anfang gesagt hat, ich hab Z4 gehört. Dann kam Maudado aus dem Schach gekrabbelt. Ja, aber weil Holly selbst gepiept hat. Nein, D-Lay hat gepiept. D-Lay war auch. Das war viel zu authentisch. Das hab ich nicht gehört. Ich hab nur ne Bombe gehört, tut mir leid. Ich bin voll witzig. Geh weg. Maudado. Maudado, das macht mir ein wenig Angst. Maudado, Maudado. Du musst uns beide umbringen. Nein. Bring uns auf. Bring uns auf. Nein, nicht ganz nicht. Ich will das so viel erreichen in meinem Leben. So viel. Oh Gott. Warte. Bitte nicht töten. Nee, nee, nee. Ich bin innocent. Ach ja. Ich spreng sie mal, okay? Okay. Dario. Dario hat mich angeballert. Okay. Ich hab die Schüsse gehört. Hallo? Ja? Aha. Wer war das? Wer wollte mich da grad umbringen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Maudado, bist du Traitor? Ich war grad. Ich wollte grad um die Ecke laufen. Dann hab ich den Schuss gesehen. Ich hab Angst vor der Menschheit. Das ist schon sehr gefährlich, dass du mit gezogener Waffe rumrenst, O Saft. Ach so, warte. Hier. Okay. Obwohl eine Galil steckt man nicht weg. Die muss man in der Hand halten. Maudado? Wo bist du? Bist du immer noch auf dem Dach? Maudado, ich hab Angst. Wie würdig für eine Galil in der Hosentasche zu ruhen. Hallo, Oli. Oh Gott. Ist Maudado hier irgendwo? Maudado? Nein. Wer ist denn jetzt Traitor? Maudado war grad oben. Sag mal. Sag doch was du Sau. Oh, O Saft, hallo. Hattest du Angst um mich? Oh, das ist süß, Oli. Ja, ne. Du hast doch wahrscheinlich was geplant, weil du nix gesagt hast. Nein, ich bin vom Dach gesprungen. Der hat Maudado grad gesehen. Der versteckt sich da grad im Lüftung. Wenn du nicht Traitor bist, dann sind's die anderen beiden. Sind's die anderen. Ja, O Saft. Guck mal, die haben schon den echten Sherm Let's Play umgebracht. Der hat geschossen. Delay hat doch mal nur umgebracht. Ja, und Maudado vermutlich auch. Hä? Warum? Warte, 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 warte. Warum ist der Sherm Let's Play nicht unterstützt, wenn ihr beide das ganz genau wisst? Er hat's doch gesagt. Dann ist Maudado später, ja. Das ist sehr verdächtig. Okay. Dann ist O Saft wieder. Das Delay. Delay hat doch nicht geklostet. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist grad jemand vor mir gestorben. Äh, beim Dach in der Nähe. Okay. Okay, Maudado war ich. Das trägt jetzt nicht grad zu meiner Verteidigung bei, oder? Ich hätte Maudado auch als Traitor eingeschätzt, so wie er grad die Traitor verteidigt hat. Ja, ich auch. Ja, wenn's O Saft nicht ist, dann... Wer ist Detective? Hallo, Holly. Wie hast du mich gesehen? Äh... Bist du Innoer-Zombay? Ja, aber Holly war Traitor. Was ist der... Äh? Bleib hier, O Saft. Ich bin bei dir da. Was ist jetzt Delay? Delay ist im Schacht da, oder? Er kommt da gerade. Achso. Hi. Oh Gott, wo warst du? Ich hab das mit diesem Alter Maudado. Ich schrei hier rum. Dario, Delay, Dario. Ich hab das nicht gehört. Echt? Ich dachte, ich hab dich mit einem Schuss töten. Ich war grad mit Hurley beschäftigt. Nee, geh weg. Alter, ich steck fest in dir. Beobachte die, beobachte die beiden. Ich bin fast tot. Ich kann nichts ausdrücken. Du bist... Du bist... Du bist... Ja, geh weg mal. Geh mal weg. Geh mal weg. Warte. Ich komm nicht raus. Dann hau mich mit dem... Mit der Crowbar. Mit der Rechtsklick. Ach ja, warte. Das könnte helfen. Oh, du warst gar nicht. Ach, Mann. Ich war Traitor. Weil wenn das so ist... Holly und ich haben einfach ineinander gesteckt. Mein Mann, Traitor ist aber direkt aus dem Fenster gerannt. Aus dem Fenster gerannt? Was machst du denn nochmal mit denen fest? Dann lasst du da einfach mal liegen? Du hast auf mich geschossen. Hä? Ja, vielleicht weil du die in eine Vierergruppe reingestellt hast? Komm schon. Warte, warte, warte. Ich komm auf dich. Ich komm auf dich. Okay. Oh, ich komm auf dich. Na, es geht nicht. Oh Gott. Ich hab Angst. Tschüss, ich sterbe. Okay. Hallo, der Schnappb. Jetzt gehst du wieder weg. Du hast mein Fass weggeworfen. Geh weg. Ich bin weg. Ich hab Fass weggeworfen. Ich bin nicht ich. Zombie? Hast du dich weggeworfen? Ich bin nicht weggeworfen. Leute, Zombie hat Suizid begangen. Nur mal so nebenbei. Hat wieder jemand eine Galila runtergeworfen? Oder warum? Was soll ich weggeworfen haben? Geh mal bitte weg. Du, du. Bunter. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum hast du Schaden bekommen? Weil ich gebrannt hab. Ich eben rumgeschrien hab. Oh, oh. Wer guckt mich dann? Ich hör. Ich hab ne Box gehört. Dick in der Box. Ich glaube, Osar teilt sich oben. Du machst nichts. Ich geh jetzt weg hier. Ich geh jetzt weg. Und hier. Ist Osar Detective? Ja, ja. Ja, ja. Ich bin immer Detective. Hallo, Helena. Was? Wo bist du denn? Hallo. 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 Leute, wo ist Zombie? Osaft. Osaft ist Detective, okay. Hab ich grad nen Schuss gehört? Ich glaube, Holly hat gerade... Okay, Osaft hat sich weggeportet, ich hab schon gedacht. Osaft war's. Ich überprüfe mal ganz kurz was. Ja. Dann ist er mit Sicherheit nach oben. Ah, ich dachte, die Lay ist die ganze Zeit bei mir. Osaft, wenn die Lärme ist, ist die Lay. Nee, nee, wo ist der Zombie? Ich weiß nicht, wo Zombie ist. Dann bin ich auch bei dir, ne? Ja, wo ist denn der? Als wäre er aus dem Fenster gesprungen oder sowas. Alter, das klingt so verdächtig, du redest. Osaft, wer ist es, wenn ich sterbe? Äh, Delay. Das klingt verdächtig, weil er nicht zuhört. Ich hab's gemerkt. Ja, echt. Holly hat doch von Anfang an gesagt, dass Zombie aus dem Fenster gesprungen ist. Achso. Noob. Noob. Noob LP. Geh in mein Haus und wohne da. Oh, schon besetzt. Alter, Maudado, du bist immer da, wo ich hin will. Das ist verdächtig. Guck mal, der ist gerade. Ah, 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 irgendjemand hat mich entzündet. Oh, hast du dein eigenes Büro? Oh, er pottet sich, ey. Man hat dich entzündet? Ja. Usaf hat sich gepottet. Oder du. Ja, Maudado, wenn du's nicht bist, Holly ist tot, oder? Oh, nee, 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 ich leb noch, aber jemand hat mich angezündet. Ich bin innocent. Ich bin auch, ich bin auch innocent. Ich bin es aber nicht. Ja, natürlich. Ja, dann bin ich das wohl. Wer lebt denn noch? Sie können, wer lebt denn überhaupt noch? Ich bin nicht wieder angezündet. Ich vertraue auch Maudado. Der hat Dealer getötet. Ja, klar, natürlich. Dann ist Maudado es nicht. Ja, weil Manu der andere ist. Usaf kann es nicht sein, dann muss es Holly sein. Ich töte Holly. Ich töte dich. Ich töte Manu. Ja, er ist es. Ich bin es nämlich nicht. Wer ist er von Holly? Lass mich zu Holly. Ich bin es nicht. Warte. Wo ist er denn? Geh vorbei. Geh weiter. Ja, sag doch mal, wo der sein soll. Keine Ahnung. Ja, töte doch Manu. Ja, natürlich. Die töten dann den Inno anstatt den Quater. Ja, dann schick ihn zu mir. Dann schick ihn zu mir. Ich mach ihn fertig. Er ist auf dem Weg nach oben. Ja, ich bin auf dem Dach. 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 Ich seh dich aber nicht. Okay, das ist komisch. Hat Holly seinen Brand vorgetäuscht? Da haben wir immer eine Bombe geplantet, Leute. Ja, wahrscheinlich hat Manu eine Bombe platziert und will jetzt nur Zeit schinden. Ja, das glaube ich auch. Oh, was für ein Zufall. Weil er war ja Traitor und ich nicht. Hä, warum brennt dann Holly? Ich hab mich selbst entzündet. Du bist dir deswegen sicher, dass es Manu und ich sein muss? Ja klar, wenn es nicht ist, dann seid ihr beide... Ja, aber du hast Manu dann am Leben gelassen. Du warst voll inkonsequent. Ja, weil Manu ist an uns vorbeigelaufen und hat mit gegen Holly kämpfen wollen. Für Holly und Dill hat sich voll die perfekte Situation ergeben, weil ich am Fenster stand, Holly und Dill Traitor waren. Ja. Ja. Ja.